Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video über einen Geist im Gebirge. Wir fahren mal dorthin. Der Ghost wird uns leiten. Hallo Ghost. Hallo. Bitte noch in die Waschmaschine, eine Waschanlage. Das ist ein Rollenspielvideo. Wir werden natürlich so ein bisschen Rollenspielartig. Oh, alles voll. Ja, ich habe leider auch alles voll, oder? Ja, ich habe auch alles voll. Wir sind einfach zu reich. Wir haben immer alles voll. Oh, und Metroid Bar. Die nehme ich mit. Alle. Und Eis. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, okay. Schade nicht in der Ego-Perspektive. Ja, schade. Oh, Herr Verk. Ein bisschen schnell, hä? Oh, du wackelst. Das ganze Auto zittert. Aber schönes Wetter heute, ne? Ja. Oh, schon trocken. Schön zum... Krass. Das ist ja mega schnell. Trocken. Lack. 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 Ich habe so viel Lack. Man, die Ego-Perspektive ist keine Ego-Perspektive, sondern eine Motor-Perspektive. Ich weiß nicht. 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 Der vor uns. Der ist einfach blöd gebremst, weil er dachte, das sei am Ende der Strasse und muss so abbiegen. Wir haben Sonderregelungen und dürfen immer rot fahren. Oh, und Slack-Dach. Du hast dich teleponiert bei mir. Okay. Oh, cool. Ich will müssen eigentlich rechts fahren, aber... Ja, wir fahren einfach längst durch. Hm. Der hätte... Der hätte echt den Schrammer eingefahren, ne? Einfach mal ein bisschen ballern. Haha. Das ist grün. Das sind Augen-Off. Oppa. Ja, zieh ihn raus. Oh Gott, nicht so fest schlagen. Jetzt bist du angekissen. Oh, die Tür kann ja weg. Sehr schön. So, jetzt mal ein bisschen Fahrflucht, genau. Jawohl, glaube ich. Ach, ich muss weg. Ja, wir sind dann mal ein bisschen weiter. Die Boden können dort bleiben. Und wo fahren wir hin jetzt? In welche Berge? Okay, ich glaube, jetzt können wir uns ein bisschen entfernen. Jetzt können wir wieder auch normal fahren. Ach ja, und falls uns der Geist noch kommen sollte, ich habe hier auch ein paar schöne Gewehre. Oh, die können beißen. Das sind böse Geister. Oh, die können wir noch mal in den Casino gehen. Oh, wir waren jetzt so den, sonst kommen wir nie an. Oh, wir haben alle keine Augen im Kopf, ne? Ja, keine Augen im Schädel. Ja, egal. Nur Augen in der Frisse. Man, diese asozialen Gutfahrer, ey. Wir sind nicht asoziale Wüstfahrer und die Gutfahrer sind asozial. Schau, der macht einen Unfall, obwohl er nicht einen Unfall bauen muss. Und der auch. Äh. Schlimm soll das. Der fährt einfach nicht weiter. Der geht einfach zum Mechaniker und repariert sein Auto. Schau mal, nur wenn du schiesst, gehen die auf die Seite. Oh, voll Polz. Achtung. Vorsicht. Ein Nullhirn ist auf dem Weg. Was? Nullhirn. Die Ball ist gegen Nullhirne. Sie bekommen sonst einen IQ. Sind wir bald da? Sag mal, also. Dir fahre ich mir. Ey. Sonst hole ich meinen Ferrari, ey. Hey. Kannst du nicht mal zurückfahren? Heute bist du ja ein bisschen asozial, hä? Ne, was ist denn zurück, ja? Oh. Du bist übersozial. Stimmt ja. Ah, du hast deshalb auch Bonen. Oh, scheiße. Fahrerflug. Das ist cool Fahrerflug. Nein, nein, nein. Geht klar, die Klau hier. Schau mal, wie sie nicht hinterher kommen. Ich bin da reingefahren, so leider. Wenn sie sich steigen aus, kommen auf dich zu und dann fährst du weg. Ach, dieser Mark nervt auch ein bisschen herum mit seinen Telefonaten. So, wo haben wir Bulleen? Keine Bulleen mehr. Ich weiß, sie sind nur noch ganz schwach. Gib mal auch Einladung, bitte. Ne, ich hab, ich bin da, ich hab nur noch Lese gemacht. Boah, die Sonne, ey, die ist ja wohl schon am Blenden, die Sonne, ne? Hm. Boah, mega stark. Oh, schau mal ein Leuchtturm, oh ho. Gehen wir zum Leuchtturm? Hat's dort gelangst du? Wie viel oben sind wir denn gerade? Äh, 19 oder 18 oder 30. Oh, sie ist in der Kiste. Ah, wir werden, glaube ich, angegriffen. Oh, ich bin in der Kiste, bitte. Ha, ich brauche Money. Money. Äh, das ist gar niemand hier. Ah, da. Da sind ein paar Leute. Aber die sind nicht. Gehen wir jetzt. Ja, Mann. Ich muss doch Ausschau halten. Gehen wir jetzt wieder rein in die Kiste, doch. Ja, ich mach nur so schnell, ich bin Handmaß, der Menschlamse. Ich muss Gas geben hier, weg hier. Scheiße, und ich dachte, oh, ich hab noch Sommerreifen drauf. Es ist Winter, scheiße. Echt? Es ist, es ist, es hält ja nicht Tag, aber egal. Irgendwie ist wieder Sommer. Es war nur kurze Zeit, Winter. Ne, ne, ich hab vergessen, mein Offroad-Ref noch zu bauen hier. Mein Offroad-Ref. Ah, Offroad. Ja, dann geh mal Inroad. Ansteigen-Rot. Ich hab jetzt echt... Ansteigen-Rot. Ja, in Road. Oh, das ist klar, Digga. Offroad. Abroad. Oh, krass. Was ist denn das? Ui, schön. Na? Ist hier ein Geist? Zeig mir mal der Geist, bitte. Ui. Krass. Das Meer? Was ist denn das Meer? Ui. Oh, schöne Berge. Die Leuchte ein bisschen krumm. Wow. Das ist nicht so alt aus, wieso? Na? Jetzt wird's langs im Dunkel. Eventuell kommt der Geist so gegen... 12 Uhr. Aber der kommt um 0 Uhr. Ne, der kommt um 11 Uhr. 11. Ich denke, um 11 Uhr müssen wir an der richtigen Stelle sein. Aber ja, das... Ja, da musst du halt ein bisschen kraxeln. Wir müssen auf den Berg wahrscheinlich. Komm, wir holen einen. Scheiße. Ja, holen ein Geländefahrzeug. Nein, das ist... Ich hab kein Geld mehr sonst. Ja, aber Geld für Waffen auf den Motorhoster. Das hier. Ja. Das braucht alles des Erspartes. Das ist ein Erspartes, ja. Ich muss da denn überhaupt hoch hier, ey. Nicht mehr. Ich kaufe da gar nicht mehr alles. Jetzt musst du hier unten weiterfahren. Nicht zu steil, der hat nicht gute... Reifen. Jetzt rechts, ja. Ja, wir schaffen es. Noch ein bisschen rechts halten. Ja. Sehr gut. Wow. Genau. I'm special. Ist das ein Weg hier? Nee, das ist eine Regenrinne, aus wo der Regen abfließt. Da wirst du ja vielleicht schon hochkommen, aber du musst dich... Halt dich am besten rechts hier. Ja. Ja. Du hast genug Speed. Oh, mein Kopf. Wie? Schau dir diesen Himmel an, rot und blau und lila. Oh. Ja, genau. Äh? Ist zu wenig Speed. Aber hier ist ein Weg da. Ach komm, ich hole sonst mein Landroof. Nein, das... Hier kannst du eh keinen holen. Der Mechaniker ist zu dumm. Ja, ich bin jetzt gleich nicht. Ich komm hier schon hoch, glaube ich. Also hier ist der Weg. Jetzt folgst du einfach den Weg. Der führt dann direkt zum Herkipfel. Ich weiss, hier bin ich immer am Joggen. Hier. Mhm. Jeden Tag einmal um den Berg joggen. Zum Frühstück. Vor dem Frühstück. Ja, ich bin eben aktiv hier. Du bist ja immer in der Stadt. Ich bin Stadtmensch. Ja. Stadtverkehr. Mann, lern mal fahren, ey. So, und jetzt kannst du dann nämlich links abbiegen. Aber jetzt noch weiter. Und achte auf die Blumen. Die sind sowas von... schönen... So und nicht kaputt gehen. So, jetzt glaube ich links abbiegen dann. Schau mal kurz auf die Karte. Ah, sie soll einfach geradeaus dem Weg folgen. Ist das denn wirklich Müll, ja? Oh Gott. Das ist keine Autobahn. Ne, das ist echt eine Scheisschläge, muss ich an der Stelle sagen. Ja, das ist schlecht, dass der Auto gewährt, aber gut. Aber gut, machst du das. Mit viel Champo. Jetzt sind wir gleich da. Ja, hier komme ich ja nicht hoch. Ja, hier oben ist der Sendeturm. Ich hätte doch, glaube ich, euch mal Land Rover nehmen sollen. Ja, was hättest du früher denken können? Ich dachte, der wäre jetzt eine getestetete Strasse hier auf mich, aber... Ja, also... Ja, ich wüsste gar nicht, dass du hier hoch wirst. Ich dachte, du wärst jetzt rechts vom Leichtürmer oder so. Da ist nämlich ein Grab dort oben. Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter fahren, wir müssen wieder ein bisschen runter gehen hier. Was ist das hier? Oh, wir müssen noch ein bisschen runter gehen. Ah! Wir haben gesäß, es gerutscht. Aber ey, ey! Abstand, ne? Ja, immer. Also, ich bin ja nicht der, der so... Da! Schau! Da leuchtet es! Ah, es ist Leichtung. Okay. Wo haben wir? Jetzt hier irgendwo parkieren. Da von unten? Oder? Ich glaube, da unten. Aber da unten ist der Geist. Ich weiß, wo er ist, ja. Ah, ich weiß es auch. Wir sind doch die Ghostbusters. Also, wie gesagt, Leute, hier soll der Geist spawnen, ne? Hier in diesem Bootfeld. Hier in diesem Boot. Mysteriös. Sag mal, wann gehst du ein... Äh, weg da! Ja, ich bin ja hier in Deckung, hallo. Nein, weg da, Juni, der Gabriel, komm jetzt hier hoch, du Spacken, Alter! Ja, Alter. Äh! Ich gucke nur! Ich erschiss dich! Ey, hallo, ich gucke... Komm jetzt hier hin! Nein! Du musst doch nicht so Angst haben, der ist nett, der Geist. Komm jetzt hier hin, Alter! Ach, komm, ey! Sag doch das früher! Jetzt bin ich extra runter. Ja, du musst doch mal Angst haben, Alter! Ich bin doch der Babo, ich muss doch keine Angst haben! Ich bin Ghostbuster! Hallo! Nein! Du bist der Geist selber! Okay! Ja! Ich schnauze jetzt hier! Ich war dran! Ey, hallo! Das bezahlst du! Du bezahlst meine Krankenrechnung! Ja, okay! Das habe ich gerne! Wie ist ich jetzt hier? Okay, stopp, stopp, stopp! Hey, hallo! Hi! Wo haben wir? Oh mein Gott, gleich kommt der Geist! Wo ist meine Taschenlampe hier? Okay! Hm! Oh, guck ein Glühmöhmchen! Oh, krass! Scheiße, Alter! Mann! Ich muss auch gucken! Ey, wir müssen weg hier, ne? Ey, wir müssen weg! Oh Gott, der ist ja mega creepy! Komm hier! Ey, bist du behindert? Ich muss gucken! Bist du behindert? Komm weg jetzt hier! Die hat ja das geschrieben! Nein! Mann, wie kann ich nicht hoch? Mann, ich rutsche! Nein! Also, dann gehe ich zu ihr, okay? Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Ich muss gucken jetzt, dass es real ist! Oh mein Gott! Er ist wirklich real, Alter! Es war kein... Nee, das ist der neue Fernseher! Das ist nur eine Abbildung von einem Fernseher! Ach du Scheiße! Oh Gott! Ghost, geht's dir gut? Hast du's überlebt? Meine Damen und Herren, hier seht ihr einen völlig... Schlecht animierten Geist! Er hat einfach keine Animation, nur ein paar Effekte! Und dann haben wir hier etwas geschrieben, das überhaupt keinen Sinn hat! Nämlich... Check! Ich fahr jetzt weg, hier ist egal! Check! Ich fahr jetzt weg! Ich fahr jetzt weg! Das hat keinen Sinn, hallo! Das hat keinen Sinn! Ich fahr jetzt weg! Weißt du, das ist einfach ein Bildschirm! Also, man sieht, es ist völlig flach! Und jetzt ist er weg! Und jetzt ist er wieder da! Scheiße! Jetzt ist er wieder weg! Und jetzt ist er wieder da! Und jetzt ist er wieder weg! Und jetzt ist er wieder weg! Und jetzt ist er wieder da! Mann! Das ist ja krass! Mit dem Atomisierer werde ich sie jetzt töten! Oh! Nichts passiert! Aber der Schuss geht auch nicht weiter! Wieso geht der Schuss nicht weiter? Wieso geht der Schuss nicht weiter? Wieso macht meine Knarre... Ich habe den Mond entdeckt! Ich habe den Mond entdeckt! Er lebt! Wer ist da da oben? Ey, das ist Drago! Wo? Der Drago! Wo? Der Geist verschwindet halt wieder nach zwei Stunden! Was ist jetzt zur Zeit? Ja, nach 12 Uhr verschwindet er... Ja... Dann bist du selbe schuld! Mit deinem Maul! Du kannst doch nicht deine Autos von der Klippe stürzen! Okay! Ja, ich muss gucken! Ich wollte dich umbringen! Ja! Siehst du ja, dass du durchgerast bist! Also bitte hin! Das ist ja wirklich hier! Ich gehe mich jetzt umbringen! Okay! Und ich komme langsam runter! Mal schauen, ob ich sie überlebe! Mein Leben hat keinen Sinn mehr! Ich schau mal kurz! Mit der Taschenlamour! Oh, sie leuchtet nicht zu viel! Oh! Ich rutsche! Rette mich bitte! Es ist zu stahl! So! Und höp! Oh! Und höp! Oh! Und höp! Oh! Und höp! Und höp! Oh! Oh! Und höp! Oh! Fertig! Ich bin bald unten! Halt mich ab, bitte! Ich brauche ein Taxi! Ja gut! Dann hole ich mir ein Taxi! Oh! Ein Geist! Ein Fuchs! Eeeh! Ein Wolf! Hä? Was? Ja, es war munter schön! Es war schön, dich kennenzulernen! Ja! Wann? Nee! Lass mich in Ruhe! Ich muss überleben! Nein! Ich muss überleben! Lass mich in Ruhe! Ey! Okay! Ah! Wieso tauchst du? Wirst du dich umbringen? Okay! Ich dachte so... Ja! Du wirst mich umbringen! Aber nö! Er will sich selber umbringen! Ah! Jetzt ist er gestorben! Mein Beileid! Rest in Peace! Oh Gott! Er lebt immer noch! Er ist wieder auferstanden! Ah! Deshalb ist der Ghost! Er wacht immer wieder auf! Oh krass! Was? Ich will das gerne noch! Ah! 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 Aber war interessant! Jetzt hole ich meinen Lamborghini! Äh! Masacro! Ich hole meinen Masacro! Ich hole lieber Masacro! Der ist besser auf dem Berg! Ah! Der hat richtig PS unter dem Arsch! Hallo! Thumbnail hochladen! Ich hab keinen Thumbnail! Keinen Thumbnail! Ja eben! Da ist ein Masacro! Screenshot! Und er ist die Ersten! Ich schreibe es da drauf! Oh krass! Rollerplay! Wir suchen den Geist! Das ist auch der schlimmsten Geist auf der Welt! Auf der Welt! Wo bist du jetzt eigentlich? Ist er schon raus? Warte vorne! Okay! So! Also! Dann Tschüssikowski Leute! Bis zum nächsten Rollenspiel! Mit Ghost! Tschüss! 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 Wo bist du jetzt? Was denn? Ich mach halt davon! Okay! Also Tschüss! Äh! Das ist erforderlich, ne? Das ist erforderlich, ne?